So und willkommen zurück zu... Äh, ja, aber jetzt schweißspielen wir mal, ähm... Alles mit Ness Returns. Es legt halt bissle. Wir waren bei Lalilu, nur der Mann in Notschaut zu stehen geblieben. Was haben wir jetzt eine für ein Waffen-Upgrade? Was ist das, was wir tun? 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 Okay, ich weiß auch nicht, wieso es lecken muss unbedingt. Okay, jetzt leckt es nicht mehr. Ach, geh sterben! Lass die Kacke, du Scheiße! Ich muss nochmal gefangen, ja. Was zum Teufel war das? Was zum Teufel war das? Uh, guck mal, der Mond ist in Kiffer! zum Teufel war das. Was denn bist du? Okay, steh... Okay. Hey. Ready. Ready. Ready? Let's go. Jetzt kopiere ich einfach mal drauf. So, kloppikloppi. Alter, was geht? Eule Verricke. Nett. Ein Dingens. Hierfür bräuch ich irgendwas mit Feuer, um da durchzukommen. Okay, und das macht was? Ja, wir werden wieder sehen. Komm schon, das ist nicht schön. Ich muss gerade mal Konfiguration, Video, Gamma Auflösung, Anti-Aliasing, Dynamische Schatten. Der Eule trefft nicht Eule zur Seite. Hey, wer frisst denn Eule? Und für andere Vögel. Awesome. Ah, Spielzeugfahrt. Ein Steckenpferd, so. Einfach umwerfen. Achso, damit könnte ich jetzt diese scheiß Lange... ...einklocken. 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 Man. Achso, so kommt es mir da. So, das ist jetzt irgendwie cool, also das ist glaube ich mein Lieblings-Age-Bus, ja. Okay, was da oben? Ey, hier sind überall tote Vögel, was soll die Kacke? Tollte T-Holl, was soll die Kacke? Schlechte Nachrichten Das Schiff wurde zerstört Die Besatzung ist verschollen Es war nicht gemacht für das arktische Packeis Dieser internationale Wettstreit bei Polar-Expeditionen Ist eine Vergeudung von Menschenleben Okay, welchen Zusammenhang das jetzt hat, verstehe ich auch nicht Alter, was geht? Voll die kranke Sonne Das Schiff wurde zerstört Das Schiff wurde zerstört Die partie Das Schiff wurde zerstört Fangen I've got you now. Das ist irgendwie wie bei der Ace Age. Es ist eigentlich nur noch ein T-Rex in der Wand. Das ist irgendwie ein T-Rex. Das ist einfach ein T-Rex. Ich habe eine Macht mit Ihnen gehört. Die haben noch nicht gehört. So, So, wir verbessern jetzt mal was. Ah, dann nehmen wir direkt die Scheiße. Ja, 500 Zähne. So, danach machen wir mal die Mühle. Superglitschige Rutschpartie. Wo gehen wir denn hin? Nein. Ah, kacke. Komm schon. Nein, 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 nein. Okay, ich losverreckter Mal. Ich hab kein Bock. So, dann nehmen wir mal die andere Kurve. Das ist ein bisschen tricky. Das ist ein bisschen schwierig. 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 Okay. Das ist ein bisschen schwierig. 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 Und ich habe gesehen, wie so ein Arcade geben. Das interfere ich mir nicht. Vielen Dank. Ach, lutsch mir eine. Boah, lutsch mir eine. Ja, ich bin doch fast am Arsch. Ich hätte lieber früher meine Arcade-Games zocken sollen, anstatt nur ein Tarn Monkey Island auf meine iPod touchen. Ah, scheiße. Ich glaube, ich bin jetzt die Hälfte durch. Fuck, 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 mach mal. Ah, scheiße. Nein, nein. Ah, schon cool. Ich bin doch gar so am verkackern, weil ich so nicht ziehen kann. Ja, ich weiß, wie ich das manövriere. Warte mal, rechte Maustaste ist also... Das ist ja vorne, ja, das sehe ich jetzt nicht. Ja, direkt am Anfang, da komme ich da. Jetzt, ein Warte mal. Aus energies Jesch Ps, So, damit ich mich Feuer drehen zu lassen. 3. 4. 4. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 9. Das ist ziemlich abgefuckt. Nein! Nein! Scheiße, so ein Webpack. Komm schon, wir es jetzt schaffen. Es dauert, dass wir eine halbe Stunde durch sind. Ja! Nein! Ich bin jetzt auf der Wasser. Oh, wir tun alle Knochen weh. Wieso denn immer so kleine? Das ist wie so ein Supermode. Du zieht sich in einer halben Stunde. 5 Sekunden noch mal. Ein Admiral geht mit seinem Schiff unter. Ich wusste überhaupt nicht, dass du Siemann bist. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch Bahnhofsvorsteher der Spiegelbahn. Hm. In hohem Bogen bei der Eisenbahn rausgeflogen. Redundant, meinten die Trottel. Nie Urlaub genommen. Loyal wie eine Bulldogge. Eine neue Richtung einschlagen. Sehr witzig. Wenn ich eine hätte, klingt eher nach Entgleisung. Endstation-Katastrophe. Mein Schiff ist futsch. Die alte Eisenbahn ist tot. Der Ding ist ein Monstrum. Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank. Mehr sag ich nicht. Wir verstehen uns. Voll die Wortspiele. Themenwechsel. Wir wollen nicht über die Sache mit dem verbotenen Namen sprechen. Wäre schön, mal etwas Brauchbares über diesen neuen Zug zu erfahren. Dir ist es egal, wenn andere leiden. Geh doch zur Raupe mit deinen Fragen und schlauen Bemerkungen. Tut mir leid, Admiral, ehrlich. Bitte, sag mir, was du über den Zug weißt. Sagen wir, wir sind einem verseuchenden Verderben entronnen. Sei froh, hier unten zu sein. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten. Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn. Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden... Tun wir nicht. Ja, meine Show muss weitergehen. Deswegen macht... Hier ist eine Reaktkarte für die Show vom Zimmermann. Für dich. So... Illusionstiefe machen wir dann beim nächsten Mal. Und das Kleid sieht mal richtig verkackt aus. Auf jeden Fall, bis dann. Wenn ihr das Video mögt, wir mal favorisieren. Wenn ihr mich mögt... Ich mag heute auch so sehr. Ja, und kommt mir nicht mit forever alone. Auf jeden Fall... Könnt ihr mich auch abonnieren. Wenn ihr mal mit mir zocken wollt, könnt ihr mich ja mal anschreiben. Sonst... Bis zum nächsten Mal. Bei euch allen. Das ist der erste Zeitpunkt. Ciit.